Wie wichtig ist das Thema Mobilität für die Mobilität? Ich fahre auch Motorrad, fahre Auto, aber ich wohne im Zentrum, insofern kann ich auch sehr viel zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad, was halt die umweltbewusstere Mobilität ist, aber grundsätzlich finde ich es immer gut mobil sein zu können, die Option zu haben. Ja, nun sind wir hier eingeladen von Volkswagen, der neue Polo, der steht hinter uns, der Polo Cross vielmehr, ist ja nun eine Automobilität, die kann sinnvoll sein, die kann auch nicht sinnvoll sein. Was ist für Sie die Automobilität sinnvoll? Also sinnlos ist sie auf jeden Fall, wenn ich zum Supermarkt um die Ecke mit dem Auto fahre, das macht für mich keinen Sinn, aber ich habe einen kleinen Sohn und da muss man manchmal, um irgendwo hinzukommen, auch das Auto benutzen. Und ich bin froh, dass ich in meinem Tiguan einen großen Kofferraum habe, wo der Kinderwagen reinpasst. Also ich denke jetzt mittlerweile pragmatischer. Ich war noch nie ein großer Raser oder so. Also ich finde auch in der heutigen Zeit, wo man ein bisschen Umweltbewusstsein auch entwickelt und wo das thematisiert wird, sollte man vielleicht auf allzu große Autos und allzu große Maschinen, die zu viel CO2 ausstoßen, verzichten. Jetzt habe ich sie das erste Mal live gesehen. Tiguan hätte ich ja nun nicht zugeordnet. Auto und Charakter, ist doch für einen Schauspieler essentiell, oder? So viel Haas und ja, BMW Cabrio. Nein, ich finde, das hat sich so ergeben. Wie gesagt, das hat auch pragmatische Hintergründe. Durch den kleinen brauchen wir eben einen Kofferraum, sonst würden wir vielleicht ein Cabrio haben oder ich weiß nicht was. Aber da passt halt dann ein Kinderwagen nicht rein. Und man fährt auch mal übers Wochenende irgendwo hin und muss dann halt ein paar Sachen mehr noch mitnehmen. Also ich sehe das Auto mittlerweile als Fortbewegungsmittel, das mich von A nach B sicher bringen soll und nicht mehr so als Status zu nehmen. Also ich muss mich jetzt nicht mit irgendeinem auffälligen Sportwagen definieren. So Menschen sind mir immer Suspekt da. Nun gibt es Fahrzeuge, die haben einen Charakter. Nun gibt es Schauspieler, die haben einen Charakter. Nun gibt es Filme, da passen Auto und Schauspieler sehr gut zusammen. Wer sucht die Fahrzeuge eigentlich aus, wenn sie vor der Kamera stehen? Naja, das ist also oft wieder schon im Drehbuch festgeschrieben, festgelegt. Mein Regisseur kann natürlich Wünsche äußern und im Endeffekt besorgt das dann der Requisiteur. Aber ich finde das leider viel zu selten, die Autos passen. Ich finde in ganz vielen Filmen, ich weiß nicht wie oft in welchen Drehbüchern steht, dass da irgendjemand einen Oldtimer fährt. Und das ist so auf Druck, irgendwie setzt man den in einen alten Ford Mustang, damit das toll ausschaut. Konkretes Beispiel, das können Sie ja jemanden fertig machen. Ja, aber das will ich nicht. Mir würde jetzt auch spontan nichts einfallen. Also ich, außer es ist jetzt irgendein Roadmovie, wo das Auto wirklich eine tragende Rolle spielt, ist, finde ich ein Auto völlig im Film zumindest uninteressant. Aber ich finde genauso lächerlich die Diskussionen, dass man also nicht sehen darf, wer was fährt. Das ist ja ein Tatmord, glaube ich. Kommissare dürfen keine bestimmte Marke fahren und so. Das finde ich genauso lächerlich. Apropos München-Innenstadt. Gibt es den Vorschlag, die Altstadt-Autoschweizung aber jetzt? Würden Sie das sofort unterschreiben? Wie konkret ist denn dieser Vorschlag? Ich glaube, der ist noch in der Entstehung, aber sagen wir mal so, wenn man ein Auto unterschreiben müsste. Also, da ich im Moment selber sehr zentral lebe und eigentlich alles so gut zu Fuß erreiche, hätte ich wahrscheinlich kein großes Problem damit. Aber ich bin jetzt auch nicht, es gibt ja Menschen, die sind wirklich darauf angewiesen und die pendeln von außerhalb und fahren zur Arbeitsstelle im Zentrum und für die wird das natürlich alles dann ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, in London läuft das ja auch schon, oder? Oder in London gibt es zumindest Plaketten oder man zahlt irgendwas. Man zahlt, glaube ich, eine ganze Menge für die Innenstadtfahrt. Ja, also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Da kommt ein bisschen Geld in die Kassen der Kommunen und man überlegt sich zweimal, ob man in die Stadt fahren muss oder ob man öffentliche Verkehrsmittel nimmt oder mal ein Fahrrad. Fahrrad ist ein gutes Stichwort. Das ist ein Übergang zum aktuellen Film, den Sie gerade drehen oder der schon fast abgedreht ist. Artikel 3. Der läuft jetzt dann irgendwann schon. Ja, der haben wir letztes Jahr gedreht. Genau. Das ist ein sehr spannendes Thema. Welche Rolle spielen Sie da? Ich spiele eigentlich die einzig fiktive Rolle. Ich spiele einen SPD-Abgeordneten, den es nicht gab, der aber in dem Fall aus dramaturgischen Gründen für die weibliche Haupt- oder allen der weiblichen Hauptrollen und deren Entwicklung wichtig ist. Aber es geht grundsätzlich in dem Film um den Ersten Parlamentarischen Rat, der nach dem Zweiten Weltkrieg unter Aufsicht der Alliierten das deutsche Grundgesetz formulieren sollte. Da gab es im Speziellen eine SPD-Politikerin, die Elisabeth Selber, die spielt in den Sperben, die dafür gekämpft hat, dass der Artikel 3 ins Grundgesetz aufgenommen wird und vor allem so, wie er jetzt noch formuliert ist. Also, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, ist wichtig. Es ist noch nicht ganz umgesetzt, hundertprozentig, aber vielleicht hilft ja dieser Film wieder ein kleines Stück weiter, um eine kleine Diskussion anzuschübsen. Wir hoffen es, wobei unsere Leserinnen eigentlich schon ihren Mann stehen, sozusagen. Naja, die meisten Frauen, die ich kenne, Gott sei Dank. Was ist denn das aktuelle Projekt? Ich drehe erst wieder ab Ende Mai. Das wird ein Kinofilm, da macht die Annika Decker-Regie. Das ist eigentlich eine Drehbuchautorin, die Kein Ohrhasen geschrieben hat und Rubbel die Katz und das wird ihr Regie-Debüt. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie er heißt, weil der Arbeitstitel, der auf dem Drehbuch steht, den gibt es schon. Also, da lief vor kurzem ein Film im Fernsehen, der den kleinen Titel hat. Also, die müssen sich jetzt einen neuen überlegen. Deshalb kann ich das nicht sagen, weil das wird der nächste Film. Das ist Ende Mai gehen an die Dreharbeit in Berlin. Auch wieder eine ernstere Rolle, so wie in Artikel 3? Nein, das ist eine Komödie. Alles klar. Vielen Dank.